Ich habe das hier gesehen und musste an dich denken. Stefan meinte, es sei eine gute Idee es dir zu geben, hoffe es gefällt dir, Maisie. Ich habe das hier gesehen. 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 Und jetzt wird das gleiche, okay. Okay. Wir sehen uns noch ein paar Töne, die wir jetzt haben, ja. Weltsompen, das ist ein Erz. Das ist ein grosser Erz und Holz. Das ist ein grosser Erz. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist so cool, ich danke euch. Ich wünschte Noah würde mit mir in den Wald kommen und mir bei meiner Forschung helfen, aber er will den ganzen Tag nur am Strand verbringen. Ich lese eigentlich überall, aber es ist einfach etwas besonders draussen in der Sommersonne zu lesen. Das macht das Ganze noch entspannender. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wird es geübt. Eine Kugel habe ich überhaupt schon abgeholt. Aber die Haarspann... Ich kann sie mir verschenken. Ah, du bist so süß, ich danke dir. Rubin Handspangen spenden. Verstärkung. Vielen Dank, mein Freund. Es war ein langer Tag, du scheinst ein wenig erschöpft. Hörst du diese Sobermusikmobil ziemlich cool, oder nicht? Antonio, meine Tochter ist künstlerisch sehr begabt. Ich möchte sie im Sommer auf Kunstkurse schicken, wenn sie ein wenig älter ist. Dort, wo ich wohne, im Gasthaus ist es zu dieser Realität wunderschön. Es liegt direkt über dem Wasser. Vielleicht bleibe ich diesen Sommer ein wenig länger hier. Ich bin der Mäne. Ich bin der Mäne. Ich bin der Mäne. Ich habe den Riss. Was man draufhacken und schauen was weitergeht. Und da kommt viel Kupferherz raus. Und da kommt viel Kupfer her. Und da kommt viel Kupfer her. Was man draufhacken und schauen, was man draufhacken. Was man draufhacken und schauen. Wir sollen dann abstehen Wow. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein Coamarine! Ein Coamarine! Ein Coamarine! Lass uns nach oben nehmen! ... Ich habe die Zusammenfversion! Na, das einmal da mit! Nach oben! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020